auch mehr plastik schön flach ja oh nice ich kann schon ernten hat die möbel unsere rüben aufgefressen oder hast du die geerntet ich habe die geerntet ja ok gut muss man nur eine kantoffel machen ziehst du aus der insel, nehmen wir machst du den motor gleich links aus, dann mach ich rechts ich glaub da finden wir keine tiere drauf ja mal gucken abgestellt geht aufs gerufen schau, mach mal doch, schweine oh man ey wütende schweine okay töten ja ja down down geht der hopp sind da auch oh mein Taschen sind voll ich muss mal zurück lecker was sind wir noch oh hier ist so ein Rehbock den können wir einfangen ja ja den fangen wir an geil also doch geil 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 ähm ja monik brauche ich mal das war kraftvoll hier weg ja mini da 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 ich sehe es ich was so zu fangen der ist schnell der ist schnell oh ich darf nicht verkacken was da da ja ja ist gefangen der haben wir das tragen wir müssen den benennen hast du nen Namen ha Luschi haben wir schon Luschi ne ich nenne ja einfach Luschi unsere erste Luschi hä mach dir auch hier rein oh ja nicht dass er rausspringen kann ja das ist ja 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 die haben wir noch dann dann ja 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 So, Honig. Die müssen wir noch irgendwie in den Bienenstock da reinbekommen. Mann, komm doch mal runter. Geht doch, gefangen. Können wir hier nicht fehlen? Ne. Oh, noch mehr Bienen. Ja, komm her, greif mich doch irgendwann an. Geht gefangen. Ähm, joa. Was ist denn hier? Eine Euro-Palette? Hast du hier alles erkundigt? Entdeckt? Äh, noch nicht alles, glaub ich. Oh. Mankobaum. Kann gut sein, dass ich das übersehen hab. Was ist denn hier? Oh, noch ein Mankobaum. Schön. Mal ohne, oh. Kein Platz. gerne mitnehmen ja mich kann man einmal noch gar keinen platz ohne ich nichts welche sind noch vieles kommt kurz zurück oh ja ein schönen Milchpotter mal ja und den erforschen leider nicht gut wir haben mich der welt können wir damit machen als schon mit dem kopf geil mit dem fischkopf hier noch sehr gut dann ja immer das fleisch hier weg das nicht nur eine rübe oder eine kartoffel kartoffel habe ich jetzt hier und zwar mal fischkopf hier kommt auch ach zieht es ja eklig aus jetzt musst du am wasser draufklicken eieieiei das wird ein mahl wird uns vergiften einsam hier rein ach ich will größere taschen ich kann nicht mehr auch nicht gemüse zu haben ja schon das rezept bolzen glas schrott bolzen ach die wassermine oder ja weiter oder ja kein weiter geht man richten ändern motor an warte hier ist noch honig und so ach so mach ich nochmal aus ich hab keinen platz was schmeiß ich raus ach die hier hast du bei den bauwagen da oben ja ja hier bin ich gerade ich sammle ich komme zurück können wir los ok Da rein, scharniere Glas sein. Was haben wir hier rein? Oh, wie lange braucht es Essen hier? Ja, es kocht lange. Ich sterbe. Open. Ich sterbe noch ein Ei. Ich sterbe noch ein Ei. Hier ein Glas. Ich rein. Komm, ich will doch mal ein paar Eier verwenden. Oh, er greift an. Oh, er will dann unser Futter hier an, unser Hühnchen. Der ist nicht. Oh, nur da. So, jetzt werden wir auch mal Krele bekommen. Oh, kein Plastik mehr. Ja, Schott. Kommt echt nur noch Wolle. Was, und der ganze Eimer ist dann weg mit der Milch. Wieso können wir den denn nicht zweimal verwenden? Den kocht man einfach mit. Alles klar. Normal, bisschen Holzspitter. Ist gut für den Bauch. Auf jeden Fall. Naja. Ich nehme mal ein Stack Eier und schmeiße es da rein, ey. Oh, die Sub sieht richtig eklig aus. Siehst du die? Nee. Oh, ja, oh, ey. Alter, so ein... Das meint halt, ey, da. Und? Füllt das gut, wenigstens? Äh, Hälfte. Geht. Hälfte ist doch gut. Also, nicht ganz, aber... Ach, oh, ne, ich brauche wieder. Äh, Makrele und Heringen mache ich irgendwo anders rein. Soll ich die... Hier mache ich die rein. Zuck, zuck. Oh, ne, Kartoffel muss ich jetzt anbauen. Äh. Was soll ich machen? Ah, Honig rausnehmen. Ich muss neues Honig auch produzieren. Ähm. Blind habe ich nicht Honig rausgenommen. Hä? Ist nirgends so Honig bei mir? Ich dachte, ich hätte Honig rausgenommen. Okay, dann nicht. Ich hole den Honig da. Honig und Glas. Okay. Ich stelle auch. Glas hier ein. Ja. Kartoffeln Ach so beruhigende Musik gerade wieder Dazu das Knistern vom Grill Ach herrlich So Vier Titaniumbarn haben wir jetzt Da können wir bestimmt irgendwas schönes bauen Ein Ladegerät Ladegerät unbedingt Wo war das? Ladegerät Beim Schiff? Ne, nicht beim Schiff Leiterplatte Schrottkunststoff Zink und Stoff hier aus der Kiste genommen Wie, was? Zink und Stoff hier aus der Kiste genommen Ja, habe ich hier verbraucht Habe ich hier an Also Flos verbreitet Fünfzehn Freik Weh So, was bräuchte ich denn für eine Leiterplatte Da Glibberschleim Und auch Kunststoff Ah Das wird weh Wir müssen weiter Ich brauche Kunststoff Ganz dringend Lass mal hier pennen Ganz kurz mal gucken, wie es geht Willst du mich ins Bett bekommen? Ja, komm Weiß ja nicht Weiß ja nicht, ob ich es mich trauen soll Ich wünsche dir das Grusen, das kleine Löffelchen Und? Hat es was gebracht? Es wird Ich bin schwanger Oh oh Du bist schwanger von wem du Schwein Ja, es wird hell Geil Geht doch Hat sich gelohnt Und? Wir können sofort ernten, ne? Ich habe es gerade reingemacht Wir haben gepennt und Das ist jetzt alles erntbar Perfekt Ich brauche mir keine Angst mehr vor der Nacht zu haben Ja So Du hast knabbert hier, oder? Ja, hat hier geknabbert Ich will mal hier weg Oh, da kommt nur ein Planker, ein Kunststoff Set Ich hoffe, ich baue nochmal Kartoffeln an Oh, ich verdoster Ähm Kartoffeln Das reicht mir Oh, ich würde sagen Wir ziehen weiter Ich starte mal die Motoren, ne? Ja Jo, die Richtung ist schon eingestellt Okay Die Palme sind auch schon wieder fertig Sehr hoch, nein Okay Pass, kannst du jetzt wieder nach vorne stellen Die Motoren Äh, ja Die Seite ist Die Seite ist auch Alles Wann pick ich was? So So, bewegen wir uns Voraus Äh, bewegen wir uns? Ich habe das Gefühl, dass wir uns Ach so, um die Segel sollte ich mal Gegenwind Vielleicht sollten wir mal den Anker hochholen, oder? Ne, der Anker ist nicht Wann schauen Ja, wie schieße ich denn? Also, das Drehen Das Segel ist aber eigentlich ganz gut so Ja Ist schon da Kannst du Laderät schon bauen? Also, ne, du brauchst Plastiker Grundstoff 20 Stück oder so brauche ich Vielleicht ist das Floß jetzt zu groß Dass wir jetzt zu lahm sind Kann ich mir nicht vorstellen Ja, ich kann es mir tatsächlich vorstellen Wieso? Ist eine andere Erklärung, so könnte ich sonst nicht Brauchen wir noch mehr Motoren? Uiuiui Ah, wir bewegen uns schon, oder? Ja, aber sehr langsam Aber wegen dem Segel, Gegenwind Vielleicht kommt der Wind von hinten Oder von vorne, keine Ahnung Ne, der Wind kommt genau richtig eigentlich Hast du diese Fahne? Die Flagge da? Ja Das ist perfekt Achso, ja, okay Ja, kommt von hinten Ja Eigentlich habe ich ja nur Vier Planken mehr reinge... Also hier, ne, verbreitet Also mehr ist hier nicht Ne, vielleicht hat es schon gereicht Keine Ahnung Soll ich abbauen? Ich frage Ich frage Ich frage Ich frage Ich frage Wir bewegen uns jetzt so Bewegen wir uns? Das mag ich nicht Ja Ja, wir bewegen uns Es sah so aus, als würden wir uns nicht bewegen Oh, okay Oh, nein Ich frage mir nicht, wir müssen jedes Mal einen Milcheimer hier bauen So, Schrott und Seil Oh Gott, ey Ich mach's einfach mal Ich frage mir 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 Oh, Schrott haben wir auch gleich nicht mehr Nichts mehr Boah, Schrott müssen wir eigentlich ganz viel haben Ich frage mir eigentlich drei Stacks oder so Ne, nur noch einen Stack Oh, wir sind voll auf Kurs Sehr gut Wie mit der Plastik Ähm, ja Weil Oh, wir können wieder melken Ja, mach ich Ich hab einmal Äh Ah, okay Ah, okay Nichts Krieg Bebei Jo, und noch auf Kurs Okay Nein, gibt nichts Hm, hm Okay Ah, okay Okay Ah 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 Los voraus Let's box it in here I cut closer I am not nervous Okay.